Die AfD soll laut einigen Wahlumfragen aktuell so erfolgreich dastehen wie die SPD. Bei 18% bundesweit wird die AfD teilweise gesehen und übrigens, da 18% in Anführungszeichen nur ein Mittelwert ist, liegt sie irgendwo zwischen 16 und 20%. Das Prinzip gilt übrigens für alle Umfragewerte von allen Parteien. Aber jetzt sprechen viele über die Gründe für diesen Aufschwung der AfD. Selbst ich habe vor ein paar Wochen vor diesem Video hier ein ähnliches Video darüber gemacht, warum die AfD so erfolgreich ist, habe ich euch übrigens im i oben verlinkt. Was aber ich und was andere in diesem Bereich vielleicht auch ein bisschen außer Acht lassen bei der Formkurve oder wenn sie über die Formkurve der AfD reden, ist, was die AfD inhaltlich jetzt eigentlich so genau will im Jahr 2023. Wovon sind ca. 18% der Menschen in Deutschland gerade eigentlich scheinbar überzeugt? Was finden sie inhaltlich an der AfD scheinbar gut und was würde die AfD eigentlich anders machen als andere Parteien? Wofür steht die Partei also heute? Welche Inhalte unterstützen gerade ähnlich viele Menschen in Deutschland wie die SPD? Ich halte es wichtig, darüber mal zu sprechen, deswegen sprechen wir darüber. Und damit willkommen zurück. Und wenn ihr als Kanalmitglied aktiv werden möchtet für diesen Kanal für politischen Journalismus hier auf YouTube, dann zieht das vielleicht gerne in Betracht. Ihr seht unten in der Timeline, welche Themen wir in diesem Video ansprechen werden, deshalb klickt euch gerne durch. Wir ordnen die Partei aber erstmal nochmal grundlegend ein. Also was ist der Grundcharakter der Partei 2023 und danach werden wir spezifischer. Schon seit Beginn der Partei 2013 wurde die Partei als ja mindestens mal rechtspopulistisch von Politologen und Experten beschrieben. Viele von euch wissen natürlich, die Partei entstand 2013 vor allem als Reaktion auf die Euro-Rettung und die Finanzkrise. Die Abschaffung des Euros und die Wiedereinführung der deutschen Marken stand damals absolut im Vordergrund. Doch damals wie auch heute zeigten sich drei beziehungsweise vier Grundmerkmale, die die Partei prägen. Erstens, Zitat, die radikale Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Eliten, denen den Vorwurf gemacht wird, dass sie die Interessen und Meinungen der Bürger systematisch missachten, während die Populisten für sich selbst den Anspruch erheben, den wahren Volkswillen zu kennen und zu vertreten. Zweitens, in kultureller Hinsicht greift der Rechtspopulismus das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Identität auf, die, Achtung, in der scheinbaren Wertebeliebigkeit der Zuwanderungsgesellschaft verloren zu gehen drohen. Drittens, wirtschafts- und sozialpolitisch ist seine Agenda dadurch bestimmt, dass wachsende Teile der Bevölkerung um ihren Wohlstand fürchten und Abstiegsängste haben. Und viertens, würden diese drei Aspekte zusammengehalten von einer ablehnenden Haltung gegenüber der EU, die das Markenzeichen der früheren AfD ja auch war und heute alle rechtspopulistischen Parteien in Europa eint. So, das wären erstmal die vier Grundsätze. Tatsächlich haben die Mitglieder der AfD beim damaligen Parteitag auch dazu entschieden, dass die AfD offiziell mit Deutschland aus der EU austreten soll, wenn sie denn alle ja nicht an der Macht wären. Die Parteispitze wollte das damals zwar nicht, passiert ist es trotzdem. Die Partei wurde ja aus wirtschaftspolitischen Gründen vor allem gegründet und ist, das glaube ich vergessen viele Menschen oft auch, wirtschaftsliberaler drauf als beispielsweise die FDP oder auch die CDU CSU. Zum Beispiel wollen sie die Erbschaftssteuer abschaffen, die ja vorrangig reichere Menschen betrifft und auch sonst ist die AfD bis heute kein Fan davon, reichere Menschen mehr zu besteuern. Neoliberalistisch sei die AfD. Die Otto-Brenner-Stiftung hat Ende 2021 genau das analysiert, auf Grundlage des Wahlprogramms der AfD 2021, was in den allergrößten Zügen auch heute noch aktuell ist. Ja, zwar hat die Partei, also die AfD, in den vergangenen Jahren oft gesagt und betont, dass sie die Partei der, Zitat, kleinen Leute sei, aber sie wollen größtenteils, dass der Markt sich selbst reguliert. Möglichst wenig Vorschriften also machen. Wohn- oder Mietpreise gesetzlich regulieren zum Beispiel? Nichts für die AfD. Trotzdem, es gibt da auch Ausnahmen, denn die AfD fordere, in infrastrukturellen Fragen durchaus einen starken Staat als Struktur- und Zielsetzungsorgan, solange ausufernde dirigistische Maßnahmen vermieden werden. Dirigistisch bedeutet übrigens staatlich reglementiert. Aber der Leistungsgedanke ist ein absoluter Kernaspekt bei der AfD. Zum Beispiel stellt sich die AfD vor, dass Dinge wie das Arbeitslosengeld nur noch schwerer zu bekommen sein sollen. Und während Personengruppen mit einem weitgehend stabilen Erwerbsleben entsprechende Ansprüche folglich auch einer Arbeitslosenversicherung geltend machen können, während Langzeitarbeitslose oder Menschen mit brüchigerem Erwerbsleben weniger Unterstützung bekämen mit der AfD. Jetzt könnte man ja meinen, dass die AfD mit diesem grundsätzlichen Wirtschafts- und Sozialgedanken vor allem Unternehmer, Reichere oder Selbstständige anspricht. Aber Fehlanzeige. Im Westen Deutschlands, Zitat, scheint die AfD vor allem dort zu punkten, wo die Wähler ein unterdurchschnittliches Haushaltsaufkommen aufweisen. Im Osten ist sie vor allem, Zitat, in ländlichen Regionen stark, die unter Abwanderung leiden und ökonomisch abgehängt zu werden drohen. Arbeiter und Arbeitslose sind unter den Wählern zwar überdurchschnittlich vertreten, machen aber nur ein Viertel der AfD-Gesamtwählerschaft aus, während die übrigen drei Viertel auf Angestellte, Beamte und Selbstständige entfallen. Okay, zuletzt sei in dieser grundsätzlichen Einladung der AfD aber noch gesagt, dass die AfD auch mit einem immer extremeren Kurs so erfolgreich geworden ist. Wie viele Videos habe ich bereits auf diesem Kanal hier darüber gemacht, dass die AfD einen internen Machtkampf ausfaltet, der vor allem zwischen den Moderateren und Extremeren sich abspielt. Und spätestens seit dem vergangenen Bundesparteitag der AfD im Jahr 2022 ist klar, die extremere Seite der Partei liegt vorne und bestimmt in der Partei, wo es lang geht. Zum Beispiel gibt es ja für jede Partei sogenannte Unvereinbarkeitslisten. Also, wenn eine Person Teil einer bestimmten Organisation, eines Vereins ist, darf sie, wenn sie auf dieser Liste steht, wenn dieser Verein, wo die Person drin ist, auf dieser Unvereinbarkeitsliste steht, darf diese Person nicht Teil von Partei XY werden. Und die AfD hat mit Zustimmung des AfD-Thüringens-Chefs Björn Höcke den Verein Gewerkschaftzentrum von eben der AfD-Unvereinbarkeitsliste herausgenommen. Das ist ein Verein, der, Zitat, offenbar kein Problem damit hat, gemeinsame Veranstaltungen mit der NPD oder der rechtsextremen Kleinpartei der dritte Weg abzuhalten. Übrigens, die Jugendorganisation der Partei, die Junge Alternative, wurde erst Anfang 2023 als erwiesen rechtsextrem eingestuft vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Und der Chef der JA, der Junge Alternative, sitzt übrigens auch im Deutschen Bundestag für die AfD. Diese Einstufung des Bundesamts für Verfassungsschutz weist die AfD selbst übrigens aber auch zurück. Aber das mal zur generellen Situation der Partei Mitte 2023. Doch gerade weil die AfD seit Anfang 2023 mehr und mehr Zustimmung erhält bundesweit, schauen wir uns doch mal an, was die AfD speziell 2023 alles so fordert. Welche inhaltlichen Gründe, welche inhaltlichen Forderungen seht ihr eigentlich als Hauptgrund dafür, dass die AfD so erfolgreich ist? Oder ist es eurer Meinung nach doch eher nur eine Protestwahl? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ein interessantes Indiz dafür, um zu schauen, was genau die AfD so will, 2023 sind die Bundestagsanträge. Zum Beispiel wollte die AfD die letzte Generation verbieten. Sie fordern einmal mehr die Einführung von bundesweiten Volksentscheiden, wodurch irreversible Entscheidungen mit langfristigen Folgen besser legitimiert werden, als durch Parlamentsbeschlüsse. Zitat und Zitat Ende. Bezüglich dieses Themas muss ich allerdings an der Stelle auch nochmal ein, zwei Gedanken loswerden. Denn ein Problem an diesem Punkt ist, dass für irreversible Entscheidungen dann aber einzelne Personen, Parteien, also im aktuellen System, wenn es eben keine Volksentscheide gibt, zur Verantwortung herangezogen werden können. Sie können abgewählt oder meinetwegen auch für Entscheidungen verurteilt werden. Wer sind die Bürger? Tja, wer ist dann für so eine Entscheidung verantwortlich? Wer kann zur Rechenschaft gezogen werden? Also direkte Demokratie ist diesbezüglich auch nicht unbedingt ein Allheilmittel. Aber das nur ein kleiner Zeitgedanke dazu. Aber die AfD will auch, wie man im März 2023 gesehen hat, die Strafmündigkeit von 14 Jahre auf 12 Jahre in Deutschland senken. In Deutschland ist es ja laut Strafgesetzbuch so, dass man schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht 14 Jahre alt ist. Und vorhin erwähnt, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die vor allem reiche Menschen betrifft, wollte die AfD mit dem Antrag im April 2023 abschaffen. Außerdem forderte die AfD die Bundesregierung in einem Antrag im Januar 2023 dazu auf, Zitat, keine Schuld- und Schamkultur mehr zu betreiben. Man will also die Erinnerungskultur, die in Deutschland ja oft und eng mit der kritischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus zusammenhängt, aber sich nicht nur darauf bezieht, die will man, Zitat, erweitern, auch, Zitat, auf die positiven Aspekte der deutschen Geschichte. Aber weiter geht's, nächster Antrag vom Januar 2023, denn da hat die AfD im Bundestag den Antrag Technisierung statt Zuwanderung eingebracht. Und da müssen wir mal genauer drauf blicken, denn so findet sich hier auch der Leistungsgedanke der AfD wieder, gerade eben ja erwähnt. Denn sie wollen zum Beispiel, dass ältere Menschen freiwillig länger auf dem Arbeitsmarkt bleiben, indem man ihnen steuerliche Anreize gibt, also Vergünstigung beispielsweise. Also längeres Arbeiten wollen sie fördern. Hier mal Zitat, Menschen müssten zudem für eine frühere Berufsbildung und einen früheren Berufseintritt motiviert werden, sodass sich automatisch die Lebensarbeitszeit erhöht, was wiederum positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Finanzierung der Sozialversicherung hätte. Und Asylbewerber oder auch Kriegsflüchtlinge, wie zum Beispiel Menschen aus der Ukraine, die will man in Zukunft laut diesem Antrag weitestgehend mit Sachleistungen versorgen und ihnen dadurch helfen, sodass sie aus Sicht der AfD wohl kein Geld mehr in die Heimat schicken sollen oder können. Und wenn man Kriegsflüchtling doch Geld gibt, dann weitestgehend als Zitat unbare Geldleistungen, also zum Beispiel eine Debitkarte, sodass man das nicht einfach so in Bargeld umtauschen könne. Aber auch zur Russland-Ukraine-Thematik hat die Partei einen ziemlich wichtigen Antrag eingebracht, den die potenziellen Wähler der AfD unterstützen. Die 18 Prozent, gerade eben angesprochen. Denn der Antrag der Zitat Friedensinitiative sagt nicht nur, dass Russland eine Kriegspartei ist. Nein, aus Sicht der AfD sei auch die Ukraine eine Kriegspartei. Das Land, welches angegriffen wurde und ja keinen Krieg wollte in ihrem eigenen Land. Außerdem sagt die AfD in ihrem Antrag, dass weitere finanzielle Unterstützung oder auch militärische Unterstützung der Ukraine an die Zitat Verhandlungsbereitschaft Kiews zu ernsthaften Friedensgesprächen Zitat Ende zu knüpfen sei. Politikexperten schreiben diese Forderungen als pro-russisch oder zumindest pro-russischer Natur. Also auch etwas, was AfD-Wählende auf dem Schirm haben oder auf dem Schirm haben sollten. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den einen der umfragetechnisch erfolgreichsten AfD-Landesverbände neuerdings fordert. Nämlich die AfD in Thüringen. Denn der Monat Juni ist ja weltweit bekannt als Pride Month. Also der Monat, in welchen viele CSD-Proteste stattfinden. Also Proteste, die für die Rechte von LGBTQI-Plus-Menschen aufmerksam machen. Die AfD sagt aber dazu, Zitat, gegen Regenbogenmist und Gender-Irsinn. Und will anstattdessen einen Stolzmonat. Das also zur inhaltlichen Einordnung der AfD. Das dazu, womit die AfD inhaltlich aktuell Erfolg hat. Aber wie seht ihr das? Welche inhaltlichen Gründe seht ihr für den Erfolg der AfD? Oder ist es trotzdem immer noch diese Protestwahl, die wir ja auch in vielen Wählenden sehen, in Umfragewerten? Das zeigen uns ja die Umfragezahlen an, dass viele Menschen die AfD trotzdem noch als Protestpartei wählen. Also schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und hier geht es jetzt weiter mit einem anderen Video von mir. Danke euch fürs Zusehen. Euer Marvin. Bleibt respektvoll in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal.